Was unterscheidet das Masterfernstudium an der DHFPG von einem anderen Studium zum Beispiel an einer Präsenzuni? Ganz einfach! Es kombiniert ein anwendungsorientiertes Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Eine hohe Flexibilität durch eigenständige Zeiteinteilung sichert den Freiraum und die Möglichkeit, sich neben dem Beruf gezielt weiter zu qualifizieren. Über die digitale Lernplattform, die Lernmedien und die Fernstudienbetreuung ist das Lernen jederzeit möglich. Ein optimaler Mix aus Theorie und Praxis mit zwei Lernorten. Zuhause und während der Lehrveranstaltungen. Die Studierenden können aus diesen Studienformaten wählen. Vor-Ort-Präsenzphase, Livestream-Präsenzphase oder rein digital on demand. Studienklassen werden an den neun Studienzentren in Deutschland nachfrageorientiert eingerichtet. Das Gute ist, mit den verschiedenen Wahlmöglichkeiten wird der vorgegebene und zugesicherte Studienverlauf individuell gestaltet und die Bedürfnisse der Masterstudierenden berücksichtigt. Es klappt richtig gut, sich nacheinander auf die Module zu konzentrieren. Während der Vor-Ort-Präsenzphasen und der Livestream-Präsenzphasen werden die Studieninhalte gemeinsam aufbereitet und besprochen. Im Studienformat digital on demand erfolgt der Austausch mit dem Tutoring-Team. Die Prüfungen schließen direkt an und deren Vorbereitung wird durch digitale Medien unterstützt. Die Vorteile der verschiedenen Studienformate zusammen mit einer persönlichen Betreuung eröffnen den gemeinsamen Weg für ein erfolgreiches Studium. All dies mit der Perspektive, die Karriere durch eine weiterführende akademische Laufbahn voranzutreiben. Die Studierenden suchen sich den Masterstudiengang aus, der zu ihnen passt. Allein sind die Studierenden trotz Fernstudium nicht. Durch die Organisation der DHFPG erfolgt eine Rundumbetreuung. Gemeinsam lernen wir stark. Digitales Lernen, Üben, Miteinander, praktische Umsetzungen, Übernahme von Verantwortung werden an der DHFPG großgeschrieben. Mit dem Masterabschluss geht's erst richtig los. Ob angestellt oder selbstständig, so ebnet sich ganz nebenbei der Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes oder sogar der Weg zur Promotion. Hierfür bietet die DHFPG in Kooperation mit der Universität des Saarlandes ein Graduiertenprogramm an, um sich auf eine Promotion zum Dr. Rehamed vorzubereiten. Inzwischen blicken viele Absolventen zufrieden auf ihre Studienzeit zurück als erfolgreiche Geschäftsleute. Sie bleiben als ehemalige der DHFPG eng verbunden und bringen mit Weiterbildungen und den Kongressen der DHFPG ihr Wissen auf den neuesten Stand.